Mein Lieblingswitz, oh mein Gott. Au, Lieblingswitze, immer schwierig. Gut, treffen sich nur 0 und 8 in der Wüste, sagt die Nullmensch, bei dem Wetter trägst du einen Gürtel. Brüller. Geht aber besser, man könnte auch noch sagen, kommt ein Mann in Spielzeuglagen und sagt, ich hätte gerne Geduldsspiel, aber zack, zack. Finde ich auch ziemlich gut. Und natürlich... Three is Comedy heißt es, jetzt muss man noch einen dritten Witz erzählen. Der dritte Witz könnte sein... Treffen sich zwei Männer im Himmel. Ja, den mag ich. Treffen sich zwei Männer im Himmel, sagt der eine, sagt, wie bist du denn gestorben? Ja, ich bin vor Kälte gestorben. Oh, das tut mir aber leid. Und wie bist du gestorben? Ja, ich bin vor Freude gestorben. Vor Freude? Wie stirbt man denn vor Freude? Ja, ich bin da früher nach Hause gekommen, weil ich vermutete, dass meine Frau etwas mit einem anderen hat. Deshalb bin ich nach Hause gekommen, habe alles durchsucht, meine Frau stand da und ich habe in den Schrank geguckt, ich habe unter das Bett geguckt, ich habe hinter den Fernseher geguckt und da war niemand. Und da habe ich mich so gefreut, da bin ich aus Freude gestorben. Sagt der andere, ja, hättest du mal in den Kühlschrank geguckt, wären wir beide noch am Leben. Alter Familienwitz. Viel Spaß dabei. Trotzdem. Tschüss. Tschüss.